Ewald Hammes ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der als aktiver bei SG Wattenscheid 0-9 von 1974 bis 1980 in der 2. Fußball-Bundesliga 217 Spiele absolviert und 86 Tore erzielt hat. Er ist der Vater des internationalen Meisters im Schachsport Michael Hammes. Laufbahn Spätestens als der 19-jährige Stürmer Ewald Hammes vom Rheinland-Amateur-Ligisten Germania Metternich am 21. Mai 1970 von DFB-Trainer Jupp der Wall in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Amateure berufen wurde, wurde er für Vereine aus dem Vertragsfußball interessant. Das Rennen um das Offensivtalent machte die 1969 in die Fußball-Regionalliga West aufgestiegene SG Wattenscheid 0-9. Hammes wechselte zur Runde 1971 von Koblenz-Metternich nach Wattenscheid von der Mosel in das Ruhrgebiet. In Wattenscheid hatte der Unternehmer Klaus Steilmann ab dem 21. März 1970 den Vorsitz im Verein übernommen und für die Mannschaft von Trainer Hubert Papa schied noch die weiteren Neuzugänge Karl-Heinz Bechmann, Ulrich Gelhardt und Horst Grenda verpflichtet. Hammes debütierte am ersten Spieltag der Saison 1970 den 16. August 1970 im Ligateam der Schwarz-Weißen. Bei der 1-zu-2-Auswärtsniederlage beim Lüner SV trat die SG 0-9 mit den Stürmern Horst Grenda, Hammes und Gerd Haselhoff an. Der Start missglückte mit 0 zu 6 Punkten und die Runde beendete Wattenscheid auf dem 13. Rang. Es kamen im zweiten Jahr von Hammes 1971 72. mit Hans Bongatz, Rudi Klimke, Werner Kontne und Helmut Ziller weitere Neuzugänge in das Lohrheide-Stadion. Da aber in der Trainingsleitung der Übergang von Schi zu Werner Stahl auch nicht den ersinnten sofortigen Erfolg brachte und ab Anfang 1972 deshalb Friedhelm Schulte den Trainerposten übernahm, wurde es auch im zweiten Jahr von Hammes bei der SG nichts mit einer Verbesserung in Richtung der Spitzenplätze. Die SG 0-9 landete 1972 mit Mittelstürmer Hammes auf dem 12. Tabellenplatz. Da der ehemalige SG-Torhüter Schulte aber nach dem verunglückten Start mit 2 zu 8 Punkten in die Saison 1972 73. entnervt den Trainerjob bei der SG 0-9 zur Verfügung stellte, hatten es Hammes und Kollegen in Folge mit Karl-Heinz Feldkamp als neuem Trainer zu tun, der vorher die Amateure trainiert hatte. Jetzt ging es endlich sportlich aufwärts im Lohrheide-Stadion. Die Techniker mit Spielmacherqualitäten Jürgen Jendrosik und Hannes Borgatz führten glänzend Regie und die Sturmspitzen Helmut Horsch. Ewald Hammes und Detlef Rosellen wirbelten die gegnerischen Abwehrreihen durcheinander. Am Ende der Runde belegten die Steilmann-Schützlinge den fünften Rang. Im vierten Jahr von Hammes in Wattenscheid 1973 74 still setzte sich die sportliche Entwicklung fort und die SG lieferte sich mit Rot-Weiß-Oberhausen und Bayern 05 für Dingen einen Kampf um die Meisterschaft im letzten Jahr der alten zweitklassigen Regionalligen. Im Dezember 1973 wurde die Herbstmeisterschaft mit 30 zu 4 Punkten und 51 zu 16 Toren gefeiert. Mit einer herausragenden Offensive, Torverhältnis von 102 zu 39 Toren um die Techniker und Antreiber Hannes Borgatz und Jürgen Jendrosik im Mittelfeld, sowie den drei Angriffsspitzen Helmut Horsch, Hammes und Detlef Rosellen wurde schließlich der Meistertitel errungen. Zuvor setzte der neue Meister bereits Glanzlichter im DFB-Pokal. In der ersten Hauptrunde überwand Wattenscheid mit einem 2 zu 1 Sieg im Parkstadion die Hürde Schalke 04. Hammes erzielte die 1 zu 0 Führung für die Gäste. Wir sind vor Freude immer wieder die Rolltreppe rauf und runter gefahren, erzählt Libero Werner Kontini über den sensationellen Erfolg. Die Halbprofis, die meisten Spieler waren in einer 5-Tage-Woche bei Vereinsboss Steilmann angestellt, um 4 Uhr war Feierabend. Dann kam das Training, berichtet Hannes Borgatz, der damals in der Abteilung Mantelverkauf beschäftigt war. Setzten sich auch in der zweiten Pokal-Hauptrunde gegen Hertha BSC durch. Vor 23.400 Zuschauern im ausverkauften Loheide-Stadion kegelte der Hamburger SV am 16. Februar 1974 mit einem 1 zu 0 Erfolg nach Verlängerung den Regionalligist aus dem Pokal. In der Aufstiegsrunde konnte sich der Westmeister aber nicht gegen Eintracht Braunschweig und den 1. FC Nürnberg behaupten und musste in der Runde 1974-75 in der neu etablierten 2. Fußball-Bundesliga-Nord antreten. Der Mann aus Metternich, Ewald Hammes, hatte von 1970 bis 1974 in der Regionalliga West 132 Spiele absolviert und 53 Tore erzielt. Spielmacher Bongatz wechselte 1974 zu Schalke 04 und Wattenscheid erhoffte sich durch den argentinischen WM-Teilnehmer Carlos Babington die Fortführung des erfolgreichen Offensivfußballs. Ewald Hammes etablierte sich zwar unter den torgefährlichsten Angreifern in den Anfangsjahren der 2. Bundesliga, aber auch seine Treffer konnten die SG 09 nicht mehr in den Jahren 1974 bis 1980 an die Tabellenspitze bringen. Symptomatisch für die Wattenscheider-Verhältnisse war der Publikumszuspruch. Im ersten Jahr der 2. Bundesliga 1974-75 kam man im Lohrheide-Stadion auf den Durchschnittswert von 4074 Besuchern, im letzten Spieljahr von Hammes 1979-80 betrug er noch 2.121 Zahlende und das bei einem fünften Platz in der Abschlusstabelle. Hammes hatte nochmals in 35 Ligaspielen 18 Tore für die Schwarz-Weißen beigesteuert. Insgesamt kam er von 1974 bis 1980 auf 217 Zweitligaspiele und erzielte dabei 86 Tore. Sein letztes Ligaspiel für Wattenscheid absolvierte der langjährige Torschütze am 37. Spieltag der Saison 1979-80, den 25. Mai 1980 beim 3-1-Auswärts-Erfolg bei Hannover 96, wo er sich mit dem Tor zum 3-1-Entstand aus der Liga verabschiedete. Danach beendete er seine Spielerkarriere. Unter der Leitung von DFB-Trainer Gerobi Sanz hatte Hammes 1980 erfolgreich die Fußballlehrerausbildung an der DSHS in Köln abgeschlossen. Zu seinen Lehrgangskollegen gehörten Jörg Berger, Christoph Daum, Farudin Jusufi, Gerhard Kenschke, Horst Köppel, Klaus Schlappner und Josef Stabel. Er wurde Verbandstrainer beim Fußballverband Rheinland und ist dort verantwortlich für die Junioren-Auswahlmannschaften und die Traineraus- und Fortbildung Von 1970 bis 1978 absolvierte Ewald Hames 46 Länderspiele mit 17 Toren in der Amateur-Nationalmannschaft des DFB. Dabei gab es mehrere herausragende Momente für den zuverlässigen Offensiv-Faktor. Die Afrika-Reise im Dezember 1970 – Januar 1971 gehörte sicherlich nicht nur wegen der Einsätze gegen Nigeria, Togos, Ghana, Elfenbeinküste, Liberia, Sierra Leone und Senegal dazu. Die Berücksichtigung für das Olympiaturnier 1972 mit den beiden Einsätzen gegen Malaysia und Marokko war ein Höhepunkt. Aber auch sein Mitwirken bei den Erfolgen im UEFA Amateur Cup 1974 und 1978 rackt aus der Kette der 46 Länderspiele heraus. Sein gemeinsamer Abschied mit Rekord-Nationalspieler Egon Schmidt durch das Länderspiel am 26. September 1978 auf der Bielefelder Alm gegen China beendete nicht nur diese beiden internationalen Karrieren, sondern es spielte zum letzten Mal eine aus Bundesliga- und Zweitligaspielern gebildete deutsche Amateur-Nationalelf. Damit endete die Ära der Olympia-Amateure. Nachdem Kapitän Egon Schmidt ab der 46. Minute durch Helmut Dieterle ersetzt wurde, übernahm Hammes in seinem Abschiedsspiel die Spielführerbinde und bediente den Bielefelder Lokal-Materdor Helmut Schröder in der 84. Minute maßgerecht, so dass Schröder mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel das Sieg da zum 2 zu 1 erzielen konnte. Mit Norbert Eder und Matthias Hergeht hatte er letztmals das Mittelfeld der Amateur-Nationalmannschaft gebildet.